Ich habe hier für Sie einen tragbaren Wasserentkeimer, der mit UV-Licht arbeitet. Und UV-Licht hindert eben Bakterien, Viren und Protozoa daran, sich fortzupflanzen. Und dadurch hält es eben die Leute gesund, wenn sie Wasser trinken. Wenn das Wasser wirklich dreckig ist und da auch Grobpartikel drinnen sind, muss man vorher noch diese ausfiltern mit einem normalen Partikelfilter, wie wir ihn hier haben. Und dann eben mit dem Wasserentkeimer, mit dem UV-Licht, tötet man die Bakterien, Viren und eben Protozoa. Und dadurch ist das Wasser dann trinkbar und man sollte überall auf der Welt sicher sein. Und man kann auch in Indien, in China, überall eben sicheres Trinkwasser innerhalb von 48 oder 90 Sekunden herstellen. Für einen halben Liter Wasser braucht man 48 Sekunden, um dieses zu entkeimen. Und einen Liter entkeimt man in 90 Sekunden. Das ist eine UV-Licht, gute Technologie, die auch auf der ganzen Welt zum Beispiel im großen Stil in Kläranlagen angewendet wird. Und wir haben diese Technologie einfach genommen und sie für die Reisenden, für die Abenteuerlustigen, einfach im Kleinformat hergestellt. Wir haben ein Modell oder zwei Modelle, die man mit einem USB-Kabel laden kann. Wir haben verschiedene Modelle, die mit verschiedenen Arten von Batterien betrieben werden. Mit entweder Alkaline-Batterien, unser neuestes Modell, sehr einfach zu bekommen, günstig. Oder andere mit Lithium- oder NIMH-Batterien, zum Teil auch wiederaufladbar. Wir haben auch ein Modell, das ist ein Sidewinder, der funktioniert mit, der wird handbetrieben. Da muss man einfach schnell kurbeln und funktioniert ganz gleich wie alle anderen mit UV-Licht. Man muss nur kurbeln, die Handkraft ist ja überall verfügbar und hat dann auch sicheres Trinkwasser zur Verfügung.